Die Weihnachtsgrüße dieses Jahr sind nur kurz doch wunderbar. Wir wünschen uns, dass Gott euch alle liebt, dass er euch alle, alle liebt. Falls das nicht klappt, habt ihr Glück, denn Liebe bekommt ihr auch von uns im Gegensatz zu unserem nächsten Wunsch. Viele Geschenke, viele Pakete und ne Karte für den neuen Filmachete. Am Heiligabend nicht vergessen, sollt ihr auch ein gutes Essen haben. Blättchen, Schokolade, eine Gans und danach Weihnachtsbraten, ja, alles zusammen. Das wäre doch schön und wir wünschen uns noch, dass wir uns bald wieder sehen. Alles zusammen, das wäre doch schön und wir wünschen uns noch, dass ihr uns bald wieder sehen könnt. Jetzt hat er noch gar nicht mehr gefasst, oder? Nein, gar nicht mehr. Den, 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 die, 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 die. Ich glaub, dann habt ihr Glück. Glück geschafft. Scheiße. Ich glaub, dann habt ihr Glück gehabt. Der. 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 Das ist sehr cool!